Unsere Haut – ein Wunder der Natur Die Haut ist die wichtigste Schutzschicht gegen Umwelteinflüsse. Sie besteht aus drei Schichten – der Oberhaut, der Lederhaut und dem Unterhautfettgewebe. Laufend entwickeln sich in der Oberhaut über mehrere Stufen Hornzellen. Sie bilden die Hornschicht. Innerhalb eines Monats erneuert sich die Oberhaut durch die nachwandernden Zellen vollständig. Fettartige Substanzen umhüllen die Hornzellen und füllen deren Zwischenräume aus. Sie sorgen so für einen stabilen Zellverband und sind damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Schutzfunktionen der Haut. Über der Hornschicht liegt ein dünner Schutzfilm. Er enthält Fett der Talgdrüsen, Wasser und Salze, die von Schweißdrüsen an die Oberfläche transportiert werden. Dieser Schutzfilm reagiert bei einem pH-Wert von etwa 5,5 chemisch schwach-sauer. Daher wurde dieser Wasserfettfilm früher auch Säureschutzmantel genannt. Er bildet eine weitere Barriere gegen Mikroorganismen und Umwelteinflüsse. Auf zu viel Feuchtigkeit oder Nässe reagiert die Haut empfindlich. Der Wasserfettfilm wird zerstört, die Hornzellenquellen auf, Hornschichtfette werden ausgewaschen, die Haut wird trocken und durchlässig für Fremdstoffe. Auf diese Fremdstoffe reagiert unser Immunsystem mit Rötungen oder Schuppungen oder Bläschen auf der Haut. Ein Eczem ist entstanden. Wird nichts dagegen unternommen, kann sich die Haut weiter entzünden oder sogar reißen. Die regelmäßige Anwendung von Hautschutz- und Hautpflegecremes unterstützt die Schutzfunktionen der Oberhaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017